willkommen liebe traderinnen und trader zum zweiten mal heute hier live auf facebook mit mir wie das avisiert wurde heute morgen heute findet das dritte webinar mit dem frank eschmann statt hier natürlich wieder mit blick der handel in den stereo trader und das handel mit dem stereo trader auf dieser seite und da möchte ich hier gar nicht lange vorreden wie immer möchte ich bitten wenn fragen sind direkt rein bitte in die chats auf goto webinar oder auch hier direkt auf facebook und dann können wir hier beziehungsweise der frank direkt auf fachfragen eingehen von der seite her frank halt ist kurz du hast das wort ich blende dich ein und damit kannst du direkt auch loslegen ja hallo liebe trader vielen dank mike für die einführung ja heute sehen wir uns zum dritten mal bereits beziehungsweise zum dritten und letzten mal für diese reihe also strategisches trading mit dem stereo trader wir hatten ja hier schon zwei folgen die wir hier auch ja schon abgedreht haben strategisches trading mit dem stereo trader heute dann die dritte die dritte folge wo ich euch mal ein bisschen zeigen möchte was man denn eigentlich machen kann mit mit filtern also wir haben ja bereits darüber gesprochen der erste teil ging um das thema atr atr ist ein wichtiges thema nicht nur im stereo trader sondern auch allgemein im trading dann im zweiten teil haben wir darüber gesprochen über über grid trading im allgemeinen über grid system über progressionsstufen über martingale systeme und über über cluster trading ich habe dann am ende noch ein paar cluster cluster trading geschichten gezeigt die videos sind ja auf dem tic mail kanal bereits zur verfügung kann man sich dort die aufzeichnung ansehen ja heute der vollständigkeit halber möchte ich noch mal ein bisschen ins thema automation eingehen oder aufs thema automation eingehen wie man eben mit dem stereo trader auch automatisiert geschichten umsetzen kann um hier eben seine ideen auch automatisch umzusetzen auf ein vps server bevorzugter weise und dazu bietet eben das stereo trader zwei schöne filter die man unter anderem ja kombinieren kann und darum soll es eben heute dann gehen ja gehen einfach mal direkt in den stereo trader rein und wenn ihr jetzt mal dieses chart hier seht dann haben wir zum beispiel im austral dollar us dollar ein deutlichen abwärts trend das nicht zu übersehen auf dem auf dem daily chart auf dem tages chart ist hier ein deutlicher abwärts trend zu sehen und jetzt können wir sagen wir möchten gerne diesen abwärts trend eben automatisiert handeln lassen und dazu können wir quasi das strategische order panel kombinieren mit dem mit dem filter hier und dazu haben wir hier an der seite eben die stereo trader filters hier unter der ja unter diesem reiter sind jetzt wo filter einmal xma filter und einmal rsi filter und diesen können wir dann eben hier einfügen und der filtert uns quasi die trendphasen raus so wie wir jetzt hier sehen sind wir eben im im daily chart im austral oder ist dollar hier im abwärts trend und ich habe jetzt halt gesagt handeln wir quasi den abwärts trend und legt mir immer ein grid auf ja solange wir eben in diesem abwärts trend gefangen sind dazu fügen wir einfach diesen diesen filter ein jetzt muss ich ja mal ein bisschen klicken ich fange jetzt mal die ganze geschichte von vorne an damit ihr auch seht wie das ganze funktioniert oder wie man das quasi von anfang an aussetzt jetzt haben wir hier auf der seite den den xma filter und jetzt habe ich jetzt zum beispiel mal auf der euro s dollar seite den den rsi filter eingefügt auf den gehen wir dann gleich noch ein jetzt fangen wir erst mal an mit dem trend filter das heißt wir können hier quasi eine einen trendfolge indikator eben diesen xma filter können wir mit einem mit einem oszillator kombinieren können können natürlich auch beide filter getrennt voneinander benutzen je nachdem wie man das eben möchte und kann sich dadurch eben schöne strategien zusammenbauen jetzt gehen wir erst mal noch mal in den austral dollar s dollar und ich zeige ich jetzt mal von anfang an wie man quasi so ein filter aufbauen kann dazu lösche ich das jetzt erst mal raus und fang jetzt quasi noch mal von vorne an wie man das quasi von sich aus von von vorne herein aufbaut also das wichtigste finde ich erst mal dass wir wenn wir mit so einem filtersystem arbeiten dass wir dann eben uns ein trend folge paar ausgucken das heißt möglichst wenn wir einen trendfolge ansatz haben möchten sollten wir dann auch trendfolge paare handeln oder eben währungspaare die bevorzugt in trends handeln oder gewisse aktien das heißt weniger jetzt unbedingt range paare die das sind dann eher für für range systeme geeignet aber wenn wir hier jetzt ein trend folge system aufsetzen möchten dann wäre es doch zu empfehlen dass wir hier ein trend folge system trend folge forex paar zum beispiel uns auswählen um dann die geschichte auch umzusetzen das ganze habe ich jetzt in der praxis die beste erfahrung gemacht auf den höheren zeiteinheiten man kann natürlich das ganze auch runter skalieren auf m15 m5 aber meiner meiner erfahrung nach passieren eben trendwechsel auf kleinen zeiteinheiten zu oft dass man hier quasi öfters geld verliert als dass es dann eben einen sinn macht und von daher bin ich hier eben in den großen timeframes unterwegs wenn es um diese trend folge geschichten geht man kann das ganze auch sehr gut kombinieren mit 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 seasonals und mit mit saisonalen mustern die wir hier daneben ausfiltern können und der xma filter trennt uns quasi dann die die abwärtstrends von den aufwärtstrends ziehen wir uns also mal so ein xma filter hier in den chart um das ganze zu verdeutlichen diesen trigger ema mache ich gleich mal in anderen farbe dass man den gut sieht so und wie wir jetzt schon sehen es ist eben so dass wir hier ja wir haben hier quasi eine ema eine ema linie den 200 der ema und dann haben wir hier so eine kleinere trigger ema das ganze ist bei dem ganzen system geht es jetzt nicht primär darum dass wir hier abpraller von den emas handeln oder oder irgendwie ist oder diese diese geschichten ja dass eben hier einfach nur der markt die die ema berührt und dann hier eine short order quasi in den markt legen sondern dass wir einfach nur den abwärtstrend von dem aufwärtstrend filtern wir sind jetzt hier mal auf dem tageschart wenn wir jetzt mal auf den stundenchart gehen müssen immer kurz warten denn dann werden wir auch sehen dass wir hier viel häufiger signale bekommen und dann natürlich auch in dem sinne häufiger fehl signale so wir haben jetzt hier schon auf dem h4 chart sehen wir also der trend wechselt hier und hier würde würde dann unser unser system was wir hier mit der strategischen order aufsetzen würde dann eben long gehen und wenn die trigger ema wieder die filter ema nach unten kreuzt würden wir eben wieder ein short ein short order set auflegen das hier mit dem strategischen order panel vorab definiert wird und das ist eben auch das was ich eben gesagt habe je kleiner die zeiteinheit wird in der wir dieses system anwenden desto häufiger haben wir es eben auch mit trend wechseln zu tun und ja das ist eben problematisch an der sache weswegen ich empfehle auf möglichst großen zeiteinheiten die ganze geschichte zu halten denn wie man hier sieht haben wir es hier auf dem tageschart mit einem schönen abwärts trend zu tun den man dann natürlich auch sehr gut abfangen kann mit so einem order grid ja und das ist jetzt erstmal quasi das was ich euch heute zeigen möchte primär wie man quasi so ein trend folgesystem aufsetzt also das wichtigste ist dann jetzt auch erstmal dass wir den erstmal den filter konfigurieren das heißt wir möchten ja möglichst viele fehlsignale ausfiltern wenn ich jetzt mal auf den vier stunden chart zurückgehe dann sehen wir schon ja 200 200 e ma und 20 ja da könnten wir hier mal ein paar wert mit den werten ein bisschen spielen um zu gucken wie sich wie sich unser system verändert beziehungsweise ob wir das schaffen möglichst wenig solche ausreißer und solche fehlsignale zu generieren und hier können wir natürlich schauen was dann auf unseren jeweiligen basiswert am besten passt und hier würden wir quasi jetzt ein long signal generieren dort würde dann eben das long grid aufgelegt und erst hier würden wir dann ein short signal generieren also die 200er beziehungsweise 280 trigger immer wäre jetzt zum beispiel wäre jetzt zum beispiel für den austral dollar s dollar im h4 chart wäre nicht ganz schlecht muss man natürlich dann in ruhe austüfteln beziehungsweise mal durchprobieren welche wie man die trends hier am besten rausfiltert auf dem tages chart ist es hier eben ganz deutlich zu sehen dass wir hier mit der 200 e ma und 20er trigger e ma schön den abwärtstrend komplett rausfiltern wir hatten jetzt allerdings auch hier die letzten tage mal ein fehl signal das bedeutet an der stelle wäre dann ein long grid in den markt gelegt worden obwohl wir eigentlich noch weiter dann im short trend waren das heißt die trigger e ma hat hier kurzfristig die 200 da immer gekreuzt es ist dann aber noch mal weiter nach unten gekommen das heißt so ein fehl signal kommt immer mal vor das kann leicht mal passieren aber wir sollten natürlich versuchen in unserem in unserem management so viele fehl signale vorab wie möglich natürlich auszufiltern ja jetzt habe ich eben die möglichkeit wenn ich hier mein filter aufgesetzt habe dann muss ich hier in das in das panel auto trading und jetzt schade ich hier mal das auto trading ein und wie wir jetzt sehen wird hier der erste slot quasi belegt und hier sehen wir xma filter an block short steht hier was bedeutet das das bedeutet dass wir unser filter steht jetzt immer noch auf short richtung beziehungsweise wieder auf short richtung und wenn ich jetzt beide beide grids die ich hier mehr auflegen kann aktiviere dann wird automatisch wird automatisch dass das long grid wird automatisch blockiert und nur die short seite wird quasi entblockt ja also der der filter da sorgt immer dafür dass nur eine seite geöffnet ist beziehungsweise immer nur die richtige seite geöffnet ist und die andere seite beziehungsweise die falsche seite die long seite ist im moment die falsche seite die wir dann geblockt das heißt wir handeln jetzt so lange wir eben hier in einem abwärtstrend sind handeln wir einfach immer nur in short richtung sollte der markt jetzt drehen und diese trigger ema hier nachhaltig dann über diesen über dem 200 ema schließen beziehungsweise der trend sich einfach drehen wird es genau umgekehrt sein das heißt der an block dann eben die long richtung die short richtung wird blockiert und wir wir handeln nur noch die long richtung mit dem vorab definierten grid wie ihr seht habe ich jetzt hier einfach mal nur so ein standard preset genommen das heißt man kann natürlich jetzt einerseits diese fünf mal atr durch drei geschichte hier nutzen um so ein system aufzusetzen das heißt wir bekommen hier immer kleine päckchen und sobald das ding eben ausgestoppt wird oder sobald wir hier eben ja in den stop oder in den take profit laufen oder in den nachgetrailten stop wird dann eben so ein neues grid aufgelegt da wir hier die halten funktion aktiviert haben wird dann immer so ein neues grid wieder aufgelegt solange bis wir entweder die halten funktion deaktivieren oder hier den reset button drücken wenn ich jetzt mal auf flat drücke sehen wir das mal beziehungsweise hier die grids erstmal rausnehmen wird direkt wieder ein neues grid aufgelegt da wir ja die 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 short funktion in immer noch aktiviert haben und hier jetzt eben auf dem tageschart weiter in short richtung unterwegs sind das ganze können wir dann natürlich hier kombinieren wir können zum beispiel auch sagen sobald wir zehn punkte im gewinnen sind und dafür nutze ich das system eigentlich das heißt ich benutze dieses system eigentlich nicht um vollautomatisch oder vollautonom um vollautonom zu handeln sondern eben um sondern um eben mich hier in eine in eine position rein manövrieren zu lassen beziehungsweise in eine position rein röteln zu lassen dass das das ja dass wir hier eben ich dann im nachhinein den trade manuell managen kann ja jetzt können wir natürlich einerseits hier anfangen diese vorgefertigten atr geschichten zu nutzen beziehungsweise diese vorgefertigten presets einzusetzen die wir haben swing 1 swing 2 swing 3 oder wir können anfangen oder wir können anfangen hier und zwar auszumessen was denn so eine art er hergibt das heißt wir messen hier einfach mal ab wie viel der markt retraced wie viele punkte 180 200 punkte und dann setzen wir uns manuell ein grid und sagen wir haben jetzt hier gehen wir hier stellen wir das mal auf und dann sagen wir wir haben jetzt 200 punkte und alle zehn punkte möchten wir hier ein eine order aufsetzen und schon haben wir ein viel größeres grid mit dem wir quasi die gesamte tages atr abdecken die so ein diesen wert dann quasi auch mal zurücklegt das heißt sobald der markt jetzt hier retraced dann werden wir hier eingestoppt beziehungsweise kommen wir in die limits rein und wir sehen wir haben jetzt hier ein viel größeres grid aufgelegt mit dem wir quasi so eine gesamte tages atr dann auch mal abdecken und relativ leicht wieder auf break even kommen in so einem grid und ja das ist eben die große vorteil den wir dann haben wenn wir hier diese automatische gut funktion nutzen beziehungsweise wenn wir uns den den trend eben ausfiltern lassen und können dann hier eben so ein grid auch abändern indem wir eben schauen ja was ist quasi die aktuell abgespulte atr können natürlich auch die automatische atr funktion nutzen aber wir können uns das auch manuell ausrechnen beziehungsweise ausmessen und dann sehen wir ja auch schon dass der austral dollar us dollar in der regel ja nicht mehr als so 200 punkte am tag macht und dann können wir eben auf diese größe auf dieses währungspaar eben die dieses währungspaar eben zurücklegt können wir dann eben so ein grid auflegen und ja das ist eben der große vorteil von so einem trend filter den wir dann nutzen können wie wir sehen wir sind jetzt hier schon mit der ersten kleinen position reingestoppt aber wenn der mark jetzt erstmal hochläuft holt weitere limits ab und prallt wieder runter dann sind wir ruck zuck mit unserem break even sind wir dann wieder auf ja auf break even und können dann eben unsere positionen manuell absichern beziehungsweise manuell verwalten ja das ist quasi der xma filter gibt es jetzt hier schon mal irgendwelche fragen vom vom publikum dazu weil ansonsten würde ich dann auch direkt weitergehen zum euro s dollar beziehungsweise zum rsi filter was eine kleine was eine kleine andere funktion hat frank fragen sehe ich momentan hier keine unsere zuschauer bleiben am ball und lauschen deinem geschehen ich sage an dieser stelle auch gerne noch mal den hinweis wer fragen hat bitte direkt auch rein in die chats ich weiß das ist manchmal ziemlich schwierig wenn man gespannt zuhört nichtsdestotrotz wenn fragen da sind einfach rein und wir gehen dann drauf ein also frank momentan ist nichts ich gebe den ball zu dir zurück genau okay vielen dank mike ja wie gesagt das prinzip ist eigentlich relativ einfach was man natürlich noch dazu sagen sollte ist dass dass man so ein system natürlich möglichst auf dem vbs server dann handeln lassen sollte da ja eben auch die vorrechtspaare gerade in der nacht auch sehr aktiv sind beziehungsweise auch in der nacht aktiv gehandelt werden und dass man eben hier immer sicherstellt dass eine verbindung eben mit dem jeweiligen broker hier jetzt dann mit tic mail auch besteht von daher so ein vollautomatisches system sollte dann möglichst immer auf dem vbs server gehostet werden damit wir hier auf nummer sicher gehen und hier auch ständig dass der trader arbeiten kann mit dem system ja also man kann das völlig autonom sich entwickeln das bedeutet wir können hier auch eine exit automation uns ausdenken hier mit der auto exit funktion beispielsweise können uns hier einen maximalen gewinn beziehungsweise verlust in prozenten auch ausgeben lassen wir können die handelszeit eingeben startzeit endzeit wenn wir jetzt sagen heute nacht sind irgendwie ja leitzins entscheide australischen notenbank oder so und ich würde sagen davor möchte ich dann doch bitte aus dem markt raus sein dann trage ich einfach die die endzeit ein wann hier meine meine trades deaktiviert werden sollten und sobald die endzeit erreicht ist werden alle offenen positionen geschlossen und alle alle noch nicht gefehlten orders die noch im markt sind werden deaktiviert so dass hier dann quasi nichts anbrennen kann wenn jetzt wichtige news über nacht anstehen aber generell ist natürlich ja zu empfehlen dass man so ein system auf dem vbs server hostet ist sowieso eigentlich zum trading am besten geeignet da man hier dann immer mit einer ja mit einer konstanten versorgung quasi ja bis mit einer konstanten internetversorgung zu tun hat im gegensatz zu einer lokalen leitung wo dann häufig mal auch die sicherung ausfallen kann oder ja irgendwelche andere unvorhergesehenen dinge der router fällt aus der internet provider fällt aus also wer das schon mal erlebt hat der wird dann eben auch die entsprechenden sicherheitsmaßnahmen freiwillig treffen die man hier auch sehr die man hier auch eben treffen sollte dass man mit seinem handy zum beispiel immer auf das konto auch zugreifen kann eine gute lte verbindung hat möglichst ein vbs server hat wo man dann eben auch auf seine trades zugreifen kann an das ganze denkt man meistens erst wenn es mal zu spät ist oder wenn man mal das erlebt hat dass die internetverbindung weg ist während man gerade einen wichtigen trade hat oder wenn man gerade eine große position im markt hat deswegen sollte man sich am besten da vorher auch gedanken zu machen ja wie gesagt das ist eben jetzt hier mal so ein ganz simples xma filtersystem was einfach nur den trend rausfiltert den trend nach abwärtstrend nach aufwärtstrend rausfiltert indem wir hier beide seiten aktiviert haben das heißt würde der trend jetzt drehen können wir hier bilderschließung noch aktivieren das bedeutet dann dass wenn wenn der markt hier dreht und wir wir triggern mit der trigger ema die 200er ema dann würden die offenen positionen geschlossen in der regel ist aber so dass dann so eine geschichte vorher sowieso in den stop beziehungsweise in den take profit läuft ansonsten würde dann eben nach dem drehen eben die long seite aktiviert werden und die short seite blockiert werden ja so viel so viel zu dem thema moment mal reset so wenn ich den reset button drückt wird alles deaktiviert das ist jetzt quasi der der xma filter das ist jetzt quasi ein trend folgesystem kommen wir mal zum zu einem weiteren system mit dem mit dem rsi das bedeutet wir haben ja nicht nur trend folge indikatoren sondern wir haben auch klassische oszillatoren wie zum beispiel den rsi und werden jetzt so ein ema system einfach den trend rausfiltern kann handelt ja ein oszillator immer überkauft und überverkaufte bereiche und auch hier hat der stereo trader ja was schönes zu bieten nämlich den rsi filter und der handelt ganz einfach immer dann wenn wir aus einem überkauften bereich wieder in den normalbereich eintauchen beziehungsweise aus dem überverkauften bereich in den normalbereich das ganze ist jetzt hier nicht gerade gut zu sehen da wir eben hier ja quasi keine wohle haben dass die ganze welt wartet jetzt anscheinend auf die fed wir haben jetzt schon vielleicht um 15 30 mal noch ein bisschen bewegung dass wir das dann auch mal live sehen können aber im prinzip ist es so dass dieses system dann eben unser vordefiniertes grid aufsetzt wenn wir aus dem überkauften bereich wieder in den normalbereich eindringen hier ist der versatz mit 30 angegeben ist die standard rsi einstellungen die wir auch eben hier im standard in die karte auch haben den wir uns im metatrader einblenden können wir haben hier quasi den 14 rsi den wir ganz normal kennen und eben hier die überkauften überverkauften bereiche definiert ja und das können wir eben ja auch im serio trader einstellen wir können noch sagen dass wir es hier dass wir das ab 20 sogar schon möchten dass hier unser grid aufgelegt wird aber jetzt sind wir halt eben hier noch im moment blockierte eben alles da wir einfach ja einfach so vor uns hin dümpeln das heißt ebenfalls hier den rsi filter reinziehen und auto trading aktivieren diese beiden buttons hier long und short sind aktiviert und dann wird uns eben jeweils unser vor definiertes grid was wir uns vorher vorab definiert haben wird mit unseren parametern die wir eingestellt haben dann in den markt gelegt auch erst dann wenn eben die wenn eben der markt aus dem überkauften bereich wie wir hier zum beispiel sehen wieder eindringt in den normalbereich oder hier wäre zum beispiel eben auch ein trigger gewesen ja wenn wir hier also quasi aus dem überverkauften bereich dann wieder eindringen in den in den normalbereich und dann wird dann quasi eine auf order ausgelöst ja das ist so ist soweit mal diese beiden filter funktion und dann kann man natürlich auch hergehen und kann ja kann zum beispiel mal wenn man sich da mal ein bisschen gedanken drüber macht auch beide beide miteinander kombinieren das bedeutet wenn wir ein trennfolgesystem haben wie diesen xma filter dann können wir natürlich auch sagen wir setzen uns eine zweite strategie auf in diesem wert und fangen dann die überkauften bereiche beziehungsweise überverkauften bereiche mit dem rsi ab mit dem rsi filter und handeln aber den eigentlichen trend hier mit dem xma filter weiter und ja wie das geht das macht man einfach dann nochmal quasi den selben chart auf in dem fall hier wäre dann das noch mal der austral dollar us dollar geht dann hier auf strategie und da könnten wir dann einen namen geben beispielsweise wenn das jetzt unsere long strategie ist machen wir einen zweiten austral dollar us dollar chart aufgeben dem dann den namen short wechseln dann die strategie und haben dann 22 verschiedene strategien im selben währungspaar also wir haben quasi einen einen hedge aufgesetzt ein hedging system und könnten dann quasi oder können quasi in einem wert die die trendfolge handeln und im anderen chart können wir dann quasi die überkauften und überverkauften bereiche mit dem rsi filter abfangen und ja jetzt wäre mal die frage ob denn noch ob denn noch fragen sind weil das wäre es im grunde was ich heute noch zeigen wollte beziehungsweise was jetzt hier noch gefehlt hat in der sammlung und ja was quasi ja noch das tüpfelchen auf dem i wäre wie man quasi seine strategischen orders noch ein bisschen verbessern bzw teil automatisieren oder voll automatisieren kann ja frank es gibt eine frage die lese ich dir einfach mal vor und zwar lautet die frage wie werden trades automatisch geschlossen per trailing genau also wir haben hier wir haben hier ganz verschiedene möglichkeiten erstmal kann ich mir einstellen dass ich zum beispiel ein trail aussuche ja das heißt ich jetzt mal noch mal mein mein short päckchen quasi in den markt läge dann kann ich zum beispiel sagen ich nutze hier ein trailing stopp und da habe ich ja diese ganz vielen verschiedenen funktionen die der stereo trader hier bietet plh peak plh close projekts das sind alles verschiedene trailing routinen ich kann zum beispiel auch direkt nach einem sma hinterher trail mit dem stopp und das ist zum beispiel eine möglichkeit wie ich den gewinn realisieren kann ich kann natürlich auch einfach ein take profit in den markt legen hat diverse nachteile beim grid trading hatte ich in der letzten folge schon thematisiert da wir ja häufig mit den mit den kleinsten positionen sofort im gewinn sind und das heißt ich würde mit einem take profit immer nur sehr kleine gewinne machen dann hat der trailing stopp hier ist der trailing stopp hier besser geeignet um profite eben zu realisieren denn der trailing stopp den können wir einstellen dass wir hier ab einem gewissen punktestand hinterher train den wir im gewinn sind das werden dann zum beispiel in dem fall zehn punkte das bedeutet sobald wir mit unserer gesamtposition also wenn wir jetzt hier so ein so ein grid eben abgeholt haben und sobald wir mit unserer gesamtposition zehn punkte im gewinn sind fängt an der trailing stopp an zu arbeiten und trailt dem markt hinterher mit der funktion die wir hier ausgewählt haben das sind sogar verschiedene markt technische markt technische trailing stops das ist sehr komplex das kann der dick vielleicht mal erklären oder da sind eben auch dann schon noch andere weitere videos eben zur verfügung die das genau erklären aber es sind hier ist sehr sehr viele sehr clevere trailing routine implementiert die man dann mal ausprobieren kann oder man geht hier eben vor mit der auto exit funktion das heißt wir suchen uns den maximalen gewinn aus den unserer trade maximal generieren darf und stellen dann hier eben ein 0,5 prozent und sobald diese 0,5 prozent unserer balance eben erreicht sind wird eben dann das gesamte paket glatt gestellt und solange wir die halten funktion aktiviert haben wird eben direkt wieder ein neues grid aufgelegt das wären quasi so die haupt hauptsachen die wir benutzen können um unsere gewinne zu realisieren alternativ kann man natürlich auch ganz einfach alles alles löschen was noch nicht gefällt wurde und kann den gewinn dann manuell verwalten beziehungsweise den stopp dann manuell hinterher ziehen wenn man da sehr gute kenntnis in der markt technik hat ist es zum beispiel auch empfehlenswert den stopp einfach nach markt technik hinterher ziehen manuell einfach ab und zu mal drauf schauen auf sein konto am tag und den stopp manuell hinterher ziehen da bin ich immer ein großer freund von auch her so dann gibt es noch eine zweite frage und zwar wird hier gefragt hi frank handelst du auch mit dem robot atr bracket wenn ja würde er sich freuen dass das noch gezeigt wird ah nee das ist das ist so ein spezialding vom dirk mit dem atr bracket habe ich hier noch nichts habe ich hier noch nichts angefangen beziehungsweise noch nicht zustande gebracht ich habe ihn mal kurz getestet ich denke dazu braucht es auch wenn ich mir den anschaue braucht es da recht gute wohler dafür also da brauche ich richtig wumms dahinter und da hatten wir es ja im moment sind wir nicht so gesegnet im moment mit volatilität das heißt zeitweise explodiert mal die wohler aber dann ist auch schon wieder alles ja schlägt alles quasi ein die eingeschlafene füße und ich denke diese atr bracket der braucht einfach richtige wohler und dann kann der wahrscheinlich richtig richtig was reißen aber wie gesagt im moment wenn wenn man mit dem arbeiten will die wohler mal im blick halten und so wie ich mir den angeschaut habe ist der ist der gut geeignet dafür wenn richtig wumms in den markt kommt da was rauszuholen aber im moment wenn der markt so vor sich hin dümbelt halte ich das für schwer mit dem aber vielleicht macht der dirk da irgendwann auch noch was zu diesen atr bracket ok frank weitere fragen habe ich jetzt hier noch nicht keine weiteren ja das heißt an der stelle würde ich gerne mal noch kurz wie sich das in den webinaren natürlich auch gehört den risiko hinweis auch mit einblenden das fehlt natürlich noch das heißt hier kurzen augenblick ich starte mal kurz nach meine präsentation und dann gebe ich den natürlich gleich noch mit rein so in ordnung also ich muss nur kurz meinen bildschirm reinbringen hier an dieser stelle übertrage ich mal nehme ich mal ganz kurz hier das ganze noch mit auf so weil wir wissen ja wenn wir entsprechend traden dann heißt das ja natürlich auch bei all den dingen die wir hier machen ist es so dass das risiko natürlich immer mit dabei ist und das was wir hier in grenze noch beachten sollten ist dass der handel mit gewiesen und cfds auf margin zu verlusten führen kann das am ende noch gesagt und an der stelle sage ich auch ganz ganz lieben dank frank für die guten praktischen herangehensweise hier mit den arbeitern mit der arbeit im stereo trader haben ich hoffe viele konnten ordentlich was mitnehmen weil es ist wie immer so wenn wir im trading aktiv sind und die märkte professionell und nachhaltig mit gewinnen traden wollen brauchen wir ordentliche strategien wir brauchen auch werkzeuge die unsere strategien am besten ja unterstützen können und damit sozusagen hier mit dem was wir heute vom frank ist hin an im stereo trader das ganze auch sehr gut umsetzen können und das wird dann helfen dass wir durch die technik unser trading deutlich vereinfachen können so ja dann würde ich sagen haben wir hier noch eine frage ob es möglichkeiten gibt die ergebnisse der strategie ja mit einem xma oder rsi im estimator zu zeigen das gebe ich einfach hier noch mal kurz an dich frank den estimator habe ich nicht aber ich habe hier ein track record mit der strategie sieht man jetzt meinen bildschirm ich schicke dir den bildschirm noch mal zurück so jetzt kann man den bildschirm gut sehen ja also das ist hier quasi ein live track record weil ich hier immer alles direkt live am markt auch direkt umsetze und das ist eben hier quasi ein track record mit dieser strategie mit der xma filter strategie die ich im urlaub quasi angewendet habe und ja aber man kann das natürlich auch hier erstmal backtesten wenn man hier mit dem mt4 unterwegs ist erstmal verschiedene einstellungen testen welche einstellung am besten passt zu einem und dann einfach gucken ja vor allem auch betreffen was den jeweiligen wert betrifft das heißt der dax ist jetzt ein völlig anderer kandidat als der austral dollar us dollar oder euro us dollar der us dollar yen ist wieder ein anderer kandidat als der dow jones und hier müssen wir immer für jeden wert völlig individuelle einstellungen wählen und ja und das muss man eben austesten sei es durch ein backtest oder eben ja durch ein durch ein live test wie auch immer und dann eben gucken welche welche einstellungen am besten zum jeweiligen wert passen und ja eben um die größe des grids auch richtig festzulegen um das ganze eben auch auf sein risiko und money management abzustimmen das heißt wir müssen natürlich auch immer gucken dass wenn wir so ein gut auflegen dass das zu unserem handelskonto passt dass das zur konto größe passt dass am ende wenn wir so ein gut in den markt legen dass wir nicht am ende 50 lot aufhaben aber dass das konto ist hier ist hier nur 10.000 euro groß und dann müssen wir immer halt gucken dass das alles zusammenpasst von daher einfach am besten ja selbst aktiv werden selbst experimentieren und dafür mache ich ja auch habe ich auch diese webinar reihe gemacht um euch quasi ein bisschen auch auf den geschmack zu bringen mit dem stereo trader hier aktiv zu werden diese sachen mal selbst durch zu testen weil das finde ich das macht immer am meisten spaß solche solche geschichten auszutesten und selbst voranzukommen als wenn man jetzt von irgendjemand eine völlig vorgefertigte strategie serviert bekommt dann ist doch eigentlich so der große reiz an der an der ganzen geschichte sich so ein trading system selbst zu erarbeiten aber die grundlagen denke ich oder die grundideen die habe ich euch gegeben und ich denke und hoffe dass ihr dass ihr mit hilfe dieser grund grundsätzlichen ansätze hier auch in eurer eigenen strategie entwicklung weiter kommt oder aufgrund der ideen die ich euch mitgegeben habe hier eben eigene strategien auch entwickeln könnte dann natürlich möglichst auch profitar an profitables ende finden ja sehr schön weitere fragen haben wir nicht dann von meiner seite her auch noch mal bank vielen dank an dich dank auch an alle zuschauer hier und bitte immer wieder bei ticmel vorbeischauen auf der website da gibt es immer wieder webinare wo wir hier entsprechend auch für weiterbildung unserer trader mit sorgen frank das letzte wort gehört wie immer dir ja vielen dank mike für die moderation und elena die ja noch im hintergrund zu sehen war dann vielen dank an euch natürlich vielen dank an die zuschauer ich hoffe ich konnte euch noch mit dem mit dem letzten teil hier mit dem mit dem strategischen ordern hier mit den filtern noch so ein kleines sahnehäubchen aufsetzen beziehungsweise das ganze bild noch verkomplettieren wir hatten erst die atr dann grid und cluster trading und ich denke mit diesen mit dieser dreiteiligen webinar reihe habt ihr jetzt einen recht guten einblick bekommen in das strategische trading und was man alles damit anfangen kann ihr seht wie umfangreich das ist und dass man das nicht innerhalb von einem webinar alles abhandeln kann sondern dass man hier das so ein bisschen bausteinweise aufeinander aufbauen muss um alles zu verstehen um alles miteinander zu verbinden und ich hoffe ich konnte euch dann mit dieser dreiteiligen reihe jetzt einen guten einblick geben und euch damit auch in der eigenen strategieentwicklung ja ein bisschen weiter bringen und euch neue einblicke in ein neues handelssystem beziehungsweise in eine völlig neue art und recht kreative art zu handeln geben die zudem auch noch spaß macht ja das war's von mir soweit und dann würde ich sagen das war's für heute ja dankeschön und bis zum nächsten mal danke tschüss